Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem 13. Tag auf der Kalenderserie hier auf dem Kanal. Heute werden wir den 13 aufmachen und ja, it's a go. Also, wieder das gleiche. Hier vorne sind du zahlen ab 20 gefühlt. Guck mal, 23, 5, ja okay, jetzt nicht mehr. 9, 19, 12, 9, 18, 12, 13. Loll. Narbe. Ist das jetzt echt ein Stift? Ich brauch' mal Papier. Okay, also. Hier mein, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Grasstück. Kann man da unten die Akkone wechseln? Ach ja, kann man sogar. Hier, wie ihr es sehen könnt. So. Ehrenwert. Ja, also ich bin ein Stück, das war so schlecht. Ja, das war's dann wieder von der heutigen Folge. Und ja, ciao. Leute. Do 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 do